Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, Apollo Justice, Ace Attorney, Ray. Okay, wir haben gerade mit dem Herr L. Dune gesprochen, der uns jetzt darüber aufgeklärt hat, dass er wohl mal ein Konkurrent von dem Raktis-Typen ist, von dem Paul heißt der glaube ich oder so, weil er selber mal Arzt gewesen ist, okay, der sieht auf keinen Fall so aus, der sieht eher aus wie so ein Football-Teacher irgendwie, aber egal. Ähm, ja gut, dann würde ich aber sagen, wir gehen mal gerade zum Kitaki-Anwesen. Oh ja, cool, da ist sogar was, Ray. Weil da hieß es wohl, dass die immer zusammengearbeitet haben, also die Gangster und dieser Paul Meraktis, deshalb passt das ja eigentlich nicht so, dass er den umgebracht hat. Also haben wir noch Reihen an als Punkt. Hey, sie ist wieder da. Hey, ihr zwei da drüben. Äh, wir? Ja, Little Plum, was geht ab? Das versuchst du oft cool zu machen. Diese ganze Gangster-Sache nimmt eindeutig schlechten Einfluss auf Trucy. Ich hab gehört, ihr habt mein Höschen gefunden. Nun, ich... Pah! Ein echter Mann spricht deutlich und lässt sich feiern, wenn er es verdient. Ihr habt den Dieb geschnappt, nicht wahr? Äh, ja, tut mir leid, ich hab ihn geschnappt. Du bist süß, wenn du nervös bist, Bolli. Nervös besonders, ja. Mit dir befasse ich mich später. Genug jetzt mit den Höschen. Wie steht es um meinen Sohn, Wocky? Wocky, nun... Deutlich! Ja, ja, wird gemacht. Ich wusste schon, warum ich es vermeiden wollte, nochmal hierher zu kommen. Okay, cool. Dann labern wir doch mal mit der kleinen Schotter. Wocky! Es ist wirklich so, wie man sich den Sohn eines Bastels vorstellt. Ich werde ein echter Gangster-Kumpel. In dem Alltag wirkt das Gangster-Leben anziehend. Besonders für Jungs. Hm? Was? Schau mich nicht so an! Vor etwa sechs Monaten wurde er in einem Revierkamp angeschossen. Ja, Wocky hat uns davon erzählt. Aber er hat euch sicher nicht die ganze Geschichte erzählt. Wisst ihr, obwohl er damals eine Pistole hatte, hätte er niemandem was tun können. Was? Er tut so hart, aber er könnte niemandem was tun. Selbst wenn es um sein Leben ginge. Ich weiß es, ich bin schließlich seine Mutter. Sie meint, was sie sagt. Wenn erst alles vorbei ist, können er und der Boss hoffentlich ihren Streit begraben. Der Boss? Sie meinen Wockys Vater? Sie machen keinen besonders harmonischen Eindruck, nicht wahr? So, der Fall. Es stimmt. Eine unserer Pistolen fehlt. Die Mordwaffe kommt also von diesem Anwesen? Das haben wir uns gedacht, denn es ist heutzutage schwer, an eine Waffe heranzukommen. Hä, das stimmt gar nicht in Amerika. Da gibt's sogar Kinderwaffen. Unser einfaches Fußvolk hat keinen Zugang zu Schoßwaffen. Nur der Boss, meine Wenigkeit und Wocky hätten sie nehmen können. Ich verstehe. Ich bin sicher, dass sich die Bullen weiter überall auf dem Anwesen rumtreiben werden. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass sich was ändern muss. Ah, 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 ah. Sie war mir jedenfalls nicht dazu besorgt. Und jetzt auch die komische Verlobte. Ja, Wockys Verlobte. Sie heiraten nächsten Monat, nicht wahr? Sieht so aus. Sie hat hier in letzter Zeit die eine oder andere Nacht verbracht. Uh. Sie wirken nicht gerade glücklich darüber, Little Plum. Uh. Wie kommst du darauf? Das ist sogar mir aufgefallen. Könnten Sie uns mehr darüber sagen? Wocky hat sie eines Tages mit nach Hause gebracht. Er hat gesagt, er will sie heiraten. Kann ich verstehen. Sie ist ja auch sehr hübsch und voll hippiemäßig drauf. Oh, das ist sie. Aber wisst ihr... Hä? Ach, ich bin einfach nur misstrauisch. Wenn man so lange im Geschäft ist, dann sieht man irgendwann nur noch das Schlechte in den Menschen. Und bekommt eine Nase dafür. Eine Nase für Menschen. Eine Nase für Ärger. Das könnte das Problem sein. Eine gangsterspezifische Version weiblicher Intuition. So, Vater und Sohn. Auch wenn der Boss hart mit ihm umgeht. Der Junge bedeutet ihm alles. Aber Wocky scheint... Nun... Es scheint, als sei er gegen sein Vater. Ach, das ist ganz normal. Wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase. Wir wollen den Weg der Schatten verlassen und uns dem ehrlichen Geschäft zuwenden. Wocky ist von dieser Sache nicht sonderlich begeistert, das ist wahr. Aber warum dieser Wandel? Zahlt sich das Gangster-Dasein denn nicht mehr aus? Das tut es. Aber im Moment brauchen wir viel Geld. Sauberes Geld, meine ich. Ich verstehe. Hm. Da ist was im Busch. Er sieht die Dinge genauso wie der Boss. Irgendwann. Okay. Dann wird da jetzt gerade noch nicht sehr viel rausgefunden. Gibt es hier was zu untersuchen? Ich denke nichts Neues. Die Farbe ist genauso wie vorher noch. Und hier hat sich auch nichts geändert. Okay. Ähm, dann gehen wir vielleicht noch mal in den Volkspark. Gibt es da irgendwas Interessantes? Nee. Immer noch nicht. Okay. Dann können wir ja noch mal gehen. Äh, wo können wir denn hin? Vielleicht noch mal den Vater von Dingensbumens besuchen. Ähm, hier können wir wahrscheinlich auch nichts präsentieren. Außer, warte, die Hose können wir dir natürlich zurückgeben. Hm. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht will die ja wieder haben. Huch. Ähm, was das hier angeht. Hey, mein Höschen. Vielen Dank. Ich hol dir die was. Ähm, ich dachte, sie wollen es vielleicht wieder haben, also. Hä? Oh nein. Bald ist ein Souvenir. Ha, ha, ha. Oh nein, das geht nicht. Wirklich. Danke für das. Ich könnte es für meinen Zauberhöschen-Trick gebrauchen. Ich kann Messer und Knarren und Paten da rausziehen. Großartig. Aus langweiligen Requisiten werden jetzt auch noch gefährliche. Okay, gut. Dann hilft uns das wohl erst noch nicht weiter. Wobei, wir können ihr vielleicht mal diesen Untersuchungsbefund zeigen. Vielleicht weiß sie ja noch mehr darüber. Also, weiß ich jetzt nicht. Kann ja sein. Tut mir leid, Kleiner. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Dann können wir auch nochmal zurückgehen. So, zur Alles-Agentur erstmal. Ja. Entschuldigung. Okay, mit ihr haben wir auch schon gesprochen. Nein. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ähm. Wie wär's denn, wenn ich ihr vielleicht die Hülschen mal wieder gebe? Möchte sie das vielleicht wieder haben? Ist mein Hülschen nicht toll? Vor Gericht war es ein echter Hammer. Das war auf jeden Fall der absolute Hit des Tages. Was soll ich denen morgen vor Gericht bloß zeigen? Wenn ich mich nur darauf verlassen könnte, dass uns immer Hülschen retten würden. Ja, was leider nicht der Fall ist. Okay. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Krankenhaus. Ich will Frieden. Auch nix. Das ist ja jetzt komisch, ne? Äh. Wo waren wir denn noch nicht? In der Strafanstalt, ne? Ja. Das könnte vielleicht mal was bringen. So. Let's go. Klick, 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 klick. Ich hatte gehofft, ich könnte meinen Mandanten sehen. Wocki, getacki, ist gerade mit dem Feuer fertig. Ich werde ihn rausbringen. Großartig. Endlich. Yay. Hey, was geht ab, kleine Gangsterbrot? Iiiiih. Wie haben sie mich genannt? Mist. Du bist? Sorry, Gangster. Dachte eben, du bist Alita. Gott, so nimm, Daddy. Kleiner Gangsterbrot ist schon ein seltsamer Kosename. Das ist so ein Gangsterding. Das verstehst du nicht. Hab ich Gangsterbrot gesagt? Eigentlich hab ich Gangsterbraut gemeint. Okay. Wenn sie das meinen, warum sagen sie's dann nicht? Und wieso nicht einfach Mädchen? Sie ist viel mehr als das, Gangster. Sie ist wie ein Engel. Ein gefallener Engel. Oh, wie süß. Sag an, das kann ich für's tun. Sie sehen heute nicht gerade putzmunter aus, Wocki. Machen sie sich vielleicht Sorgen um den Zustand ihres Herzens? Das war die krasseste Sache überhaupt. Wie Gangsters in der Reihe zur Untersuchung. Besser Jungs sterben als deinen siechen Kumpel. Gut, dass sie so denken. Hä? Was ist gut? Oh, hat der Vater ihnen das nicht gesagt? Die Kugel, die so dicht neben ihrem Herzen steckt, muss entfernt werden. Oder sie werden sterben. Ja, das war ja die Sache. Mann, das will ich nicht gehört haben. Ein Mann kämpft, um das zu beschützen, was ihm lieb und teuer ist. Alles klar, Alter? Ich vermisse meinen gefallenen Engel. Hey, hol mir Alita her. Du bist doch mein Anwalt, richtig? Dein Anwalt, ja. Dein Laufbusche? Nein. Ja, stimmt, okay. Wahrscheinlich wird der so lange dann auch nicht mit uns reden, oder? Nun, ich hab gehört, dass sie nächsten Monat heiraten wollen. Voll korrekt. Wir haben schon das Porzellan zusammengekehrt. Und Alita, oh, mein Modepüppchen, sie ist so toll. Ich denke, er ist auf seine eigene verquere Weise ganz besessen von ihr. Ich hab mich gefragt, wie sie beide sich kennengelernt haben. Ich habe Tiala danach gefragt, aber sie hat sich unklar ausgedrückt. Hä? Nun, Mann, wenn sie's dir nicht gesagt hat, hüte ich besser meine Zunge, alles klar? Hä? Mann, was vergangen ist, ist vergangen, sie weiß es. Wenn ich mit Alita zusammen bin, ich denke, dass es da draußen Dinge gibt, die beschützt werden müssen. Klar, meine Alita, die gehört voll korrekt dazu. Beide wollen also ihre Vergangenheit nicht preisgeben. Maraktis-Klinik. Könnten Sie uns wohl erzählen, was mit Ihnen und Paul Maraktis passiert ist? Da gibt es etwas, was ihr wissen solltet. Wer Kitakis haben so etwas wie eine Fede mit der Familie Rivals? Vor etwa sechs Monaten. Wenn ich ins Revier der Rivals gegangen und hatte ein Messer dabei, alles klar? Und, sie waren angeschossen? Krass, die Sache, die ich hier erlebt hab, ey. Ein Schuss ins Herz. Und meine Homies waren richtig stark. Ein wunderbarer Schlebe. Das wird bereits als eins der sieben Wunderer-Familie Kitakis betrachtet. Sie wurden dann also in die Maraktis-Klinik gebracht? Ihr hättet deren Gesichter sehen sollen, als sie mich hineingekarrt haben. Man kann ja den Sohn des Bosses nicht einfach sterben lassen, weißt du? Ich bin nicht froh, dass ich nicht in den Schuhen dieses Doktors gesteckt habe. Die Taki ist schon vollständig genug, wenn er nicht wütend ist. Aber die Kugel, die sie getroffen hat, ist nie entfernt worden und bedroht immer noch sein Leben. Jener Doktor, er hat es mit Absicht gemacht. Die Rivals haben ihn dafür bezahlt. Da bin ich mir sicher. Ich muss mehr über die Mordnacht erfahren. So viel steht fest. Okay. Das Leben in der Familie ist nächstes Gangster-Ding. Man muss nächster Mann sein. Das ist klar, Alter. Sorry, aber mit Gangster-Ding kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber mein Alter wird langsam weich. Er sagt, die alten Zeiten der Gang-Rivalität sind vorbei. Er will nur noch Geld verdienen. Ist das denn nicht gut? Mann, Geld verdienen ist doch völlig seelenlos. Besser krass leben und früh sterben. Das ist cool. Wartet nur, bis ich den Laden übernehme. Da weiß jeder, welche Zeit angebrochen ist. Voll korrekt. Alte Gangster-Zeit für alle Zeiten. Apollo, warum redet er immer von alten Gangstern? Ich glaube, das ist nur so eine Redensart von ihm, Schussi. Oh yeah. Kennt sich vorne mit dem Strang aus. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal zu der Alita. Keine Ahnung, wo die ist. Ich hoffe, ich finde die hier. Plopp. Nee, da ist nichts. Und jetzt in den Park rein. Vorbei. Vielleicht funktioniert das mit dem Mülleimer jetzt. Und dann kann ich da die Schlucken noch rausnehmen. Das wäre sehr praktisch. Gucken wir mal eben. Dieser Mülleimer, da haben wir den Spiegel gefunden. Denk doch mal nach. War da nicht noch was anderes drin? Was ganz am Boden? Guck mal, die Farbe da. Das bedeutet, wir sind nach dem Unfall hier gelandet. Vielleicht hängt das zusammen. Nehmen wir sie mit. Ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Dann haben wir die nämlich auch schon. Perfekto. So, dann gehen wir gerade mal in den Volkspark. Kann auch sein, dass es das vielleicht eventuell schon war, was man hier machen konnte. Und dann finden wir vielleicht jetzt die Tjala, wo ich ja jetzt die ganzen Sachen beisammen habe. Also, müsste zumindest so sein. Falls nicht, muss ich halt mal nachgucken, weil sonst ist das ja ein bisschen glöd. Mann, jetzt sagt doch mal was. Ähm, gut. Ich gucke mal gerade die Gerichtsakte an. Ähm, ja, die Pantoffeln. Pantoffeln für Patienten der Marettisklinik in der Nähe des Kitaki Anwesens gefunden. Ähm. Ähm, gelbe Spuren. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe mich gerade eben verdrückt. Ich bin einfach an den Rand gekommen und habe einfach alles verschoben. Voll Seife. Und ich habe ein Blatt abdruckt. Oh, scary, scary. Die Unterseite ist voll Farbe. Huch, was ist das für ein seltsamer Umbruss bei dem Fleck. Anscheinend klebt da ein Blatt an der Pantoffelsohle, als in die Farbe getreten wurde. Also ist der Umbruss zurückgeblieben, als das Blatt abgefallen ist. Ach, ich habe Farbe an der Hand. Apollo. Ich habe gesehen, wie du deine Finger an meinem Umhang abwischen wolltest. Okay, also anscheinend ist ein Blatt da drunter gefallen. Das ist aber sehr merkwürdig, weil das wird irgendwas mit diesem Kitaki Hof zu tun haben. Also es wird wohl ein Patient sein, der die Sache gemacht hat. Also scheint das gar nicht der Power Maractus gewesen zu sein, der den Wagen gefahren hat. Und dabei auch den Phoenix World angefahren hat. Ja, interessante Sache. Boah, ey, extrem laut die ganze Zeit bei mir so Flugzeuge. So, alles mögliche. So, ich glaube, mit dem können wir jetzt überhaupt nicht mehr reden. Ja, das scheint wohl durch zu sein. Dann versuche ich gerade nochmal in die Klinik zu gehen. Oder ich sage einfach mal, wir sehen uns gleich, wenn ich den passenden Ort gefunden habe. Also bis dann. So, weiter geht's. Wir müssen uns einfach nur die Klinik angucken. Yeah, das hätte ich schon längst machen können. Aber egal, yeah. Nun, wir müssen diese Klinik untersuchen. So viel steht fest. Ja, aber was ist mit dem Wachmann? Fragen kostet nichts. Ähm, entschuldigen Sie. Hey, das seid auch ihr beide von gestern. Das ist der gleiche Polizist, der gestern vor dem Park stand. Ihr habt im Park zu tun, oder? Die Klinik ist tabu. Sie hat mit der Sache nichts zu tun. Aber, was ist dein Tabu so schwer zu verstehen? Beweise mir erst, dass die Klinik mit dem Vorfall im Park in Verbindung steht. Fragen kostet nichts. Bringen tut's aber auch nicht. Hier rumzuhängen ist wohl reine Zeitverschwendung. Okay, dann können wir ja wieder gehen. So, jetzt können wir nämlich wirklich in den Volkspark. Hooray, aber das machen wir jetzt im nächsten Park, weil da erwarten uns zwei interessante Leute. Also bis dann. Ciao.